Willkommen bei Parlament erklärt, der Podcast, der im Zwei-Wochen-Takt einen Blick hinter die Kulissen des österreichischen Parlaments wirft. Mein Name ist Katharina Brunner und ich bin David Riegler. In dieser Folge porträtieren wir wieder eine der ersten Frauen im Parlament. Bisher haben wir schon über die Pionierinnen Anna Boschek und Adelheid Popp gesprochen. Die Porträts der beiden sozialdemokratischen Politikerinnen können Sie in Folge 10 und 14 nachhören. Heute steht das erste Mal eine Politikerin aus der christlich-sozialen Partei im Fokus. Hildegard Burian. Sie wurde auch das Gewissen des Parlaments genannt, war eine gläubige Christin und hat die christlichen Arbeiterinnen vertreten. Nur kurze Zeit war sie im Parlament aktive Politikerin. In erster Linie engagierte sie sich in Vereinen und hat zum Beispiel ein Heim für ledige Mütter geschaffen. Burian wird 1883 in Görlitz als Hildegard-Freund geboren. Ihre Familie ist jüdisch-liberal. Die Grundschule besucht sie in Görlitz. Das hat damals zu Preußisch-Schlesien gehört, also zum Deutschen Reich. Der Vater war Kaufmann. Wegen seiner Arbeit zieht die Familie öfters um, zum Beispiel in die Schweiz oder nach Berlin. Hildegard Burians Eltern unterstützten sie in ihrem Vorhaben zu studieren. In der damaligen Zeit, am Anfang des 20. Jahrhunderts, war es für eine junge Frau nicht üblich, an die Universität zu gehen. Die Vorreiterrolle übernimmt die Schweiz. Hier durften bereits 1840 die ersten Frauen in Vorlesungen zuhören. Tatsächlich einschreiben konnten sich Frauen dort rund 20 Jahre später. Hildegard Burian selbst beginnt nach ihrer Matura 1903 in Zürich Literatur und Philosophie zu studieren und schließt mit einem Doktortitel ab. Mit 24 Jahren heiratet sie den Ungarn Alexander Burian. Kurz darauf erkrankt sie an einer schweren Nierenkolik und wird in Berlin im Krankenhaus von gläubigen Schwestern gepflegt. Sie ist beeindruckt von deren Hingabe und Glauben. Monatelang bleibt sie im Krankenhaus und es geht ihr unverändert schlecht. Dann, ganz unerwartet, geht es ihr besser. Das war zu Ostern 1909. Die gläubigen Schwestern und, dass ihre Heilung zu Ostern passiert, sind für Hildegard Burian wie ein Zeichen, dass sie zum katholischen Glauben konvertieren soll. Noch im selben Jahr tut sie das auch, als 26-Jährige. Bald darauf zieht sie mit ihrem Ehemann nach Wien. Als 27-Jährige bringt Hildegard Burian eine Tochter zur Welt. Finanziell steht die Familie gut da, ihr Mann ist industrieller. Anstatt den ärmeren Gesellschaftsgruppen Almosen zu geben, wie das für christlich-bürgerliche Familien üblich war, will Hildegard Burian die Probleme an der Wurzel packen und politisch aktiv sein. Ihr Leitspruch war, politisches Engagement gehört zum praktischen Christentum dazu. Und so gründet sie den Verein der christlichen Heimarbeiterinnen, der sich für gerechte Entlohnung von Frauen einsetzt. 1919 vertritt sie als erste Frau die christlich-soziale Partei in der konstituierenden Nationalversammlung. Also sie war ja nur sehr kurz im Parlament. Also wie ich schon sagte, sie war rhetorisch brillant. Sie hat immer alles mit Zahlen und Fakten belegt. Und sie hat auch, was in der damals aufgeheizten politischen Situation auch nicht üblich war, sie hat den Kontakt mit den anderen gesucht. Und vor allem mit den Frauen. Und das erste Hausgehilfinengesetz war ja gemeinsam mit einer Sozialdemokratin. Und da hat sie ja dann gesagt, das ist das erste Gesetz von Frauen für Frauen. Also das war sicher für die damals wirklich, das kann man sich ja gar nicht vorstellen heute, wo sie sich eigentlich fast gegenseitig an den Galgen gewünscht hätten, war das ungewöhnlich, dass wir doch die Frauen da irgendwie zusammengehalten haben, um anderen Frauen zu helfen. Ingeborg Schödl ist Publizistin, hat eine Biografie über Hildegard Burjan verfasst und Vorträge über sie gehalten. Mit ihr haben wir über das Leben von Hildegard Burjan gesprochen. Diese hat ihr Leben lang Glaube und politisches Handeln verbunden. Nicht immer hat sie dafür Zustimmung aus der Kirche erfahren. Zum Beispiel hat es Gegenwind vom damaligen Kardinal gegeben, als sie Mutter-Kind-Heime errichten lassen hat, damit ledige Mütter selbstständiger leben können. Die ledigen Mütter waren ja sehr viele Dienstboten, die da ausgenutzt worden sind. Und wenn sie dann schwanger geworden sind, dann hat man sie hinausgeschmissen. Und es war auch übrigens unter den Dienstboten die höchste Selbstmordrate gab es damals. Ja, und wie gesagt, wenn eine Frau schwanger geworden ist und ledig war, es war nicht der Mann schuld, sondern es war die Frau schuld. So war es einfach. Es war die Unmoral, warum hat sie sich einlassen und so weiter. Und da ist ja die Hildegard Burjan auch wiederum den Weg gegangen, dass man diese Frauen auf eigene Füße stellen musste. Die Familien haben sich ja auch distanziert, weil das war alles ein Schande, ein lediges Kind. Die Frauen haben dann dort in dem Mutter-Kind-Heim auch einen Beruf lernen können, damit sie dann später mit ihrem Kind auch gemeinsam das Leben bewältigen konnten. Nach einem Jahr als Nationalratsabgeordnete verlässt sie das Parlament wieder. Denn sie will näher an der Gesellschaft sein und eine Gemeinschaft gründen. Diese Gemeinschaft, die Caritas Socialis, lebt auch heute, fast 100 Jahre später noch. Über das, was von Hildegard Burjans Engagement heute noch bleibt, haben wir mit zwei weiteren Frauen gesprochen. Dieses aus dem Glauben geprägte in die Gesellschaft wirken, das hat mich immer sehr fasziniert, dass eben Glaube nicht nur bedeutet, ich bin in meinem stillen Kämmerlein und bete, sondern dass das, was mit tatkräftigen Wirken in die Gesellschaft zu tun hat. Karin Weiler ist Teil der katholischen Schwesterngemeinschaft Caritas Socialis. Die Gemeinschaft ist überschaubar groß. Rund 50 Schwestern gehören ihr an, die meisten leben in Österreich, einige in Deutschland. In Brasilien leben drei, die vor allem junge Mütter und ihre Kinder in armen Vierteln unterstützen. Ich war noch sehr jung, wie ich die Hildegard Burjans kennengelernt habe. Ich war mit 19, habe ich dieses Buch gelesen und habe mir, ich kann mich noch erinnern, in mein Tagebuch damals geschrieben. Ja, 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 das ist es. Und bin dann zwei Jahre später eingetreten. Das ist jetzt 30 Jahre her. Das Leben der Schwestern gestaltet sich unterschiedlich. Manche wohnen in Gemeinschaften zusammen, andere nicht. Die Hildegard Burjan hat immer gesagt, nicht, dass viele zusammen seien, sondern es bestimmt das Gemeinschaftsleben, sondern dass man sich als Gemeinschaft versteht, also die gemeinsame Haltung und dass wir gemeinsam was in der Gesellschaft bewirken wollen. Und da steht natürlich jede Schwester an einem anderen Platz, stellt sich in die Gesellschaft und wir versuchen eben dann miteinander zu diskutieren, wie wir, an welchem Ort wir unsere Kräfte einsetzen können. Das Thema Sterben zum Beispiel in den Fokus zu nehmen, das war vor einigen Jahren noch was ganz Ungewöhnliches, wie diese ersten Hospizeinrichtungen sich entwickelt haben. Und ja, jetzt ist eben das Thema Demenz ist uns eigentlich auch jetzt zugewachsen, dass man sagt eigentlich, ja, diese Menschen erfahren auch eine Ausgrenzung in unserer Gesellschaft, weil Menschen sich nicht trauen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen oder sich so fürchten vor diesem Krankheitsbild. Neben der Schwesterngemeinschaft besteht die Caritas Soziales heute auch aus Pflegeeinrichtungen. Was Hildegard Burjan damals mit der Caritas Soziales, kurz gesagt CES, erreichen wollte, wird dort sichtbar. Die Caritas Soziales will dort Menschen, die im Alter durch Krankheit an den Rand der Gesellschaft rücken, eine Gemeinschaft bieten und an ihr teilhaben lassen. Ganz intensiv braucht es Tageszentren zur Entlastung von pflegenden Angehörigen. Also wenn wir uns dann mit dem ganzen Thema Menschen mit einer Demenz, Menschen mit kognitiven Erkrankungen, wenn wir uns das anschauen, wo die Zielgruppe durchaus schon ab 60 sein kann, also wir haben Tagesgäste, die gerade mal 60 Jahre alt sind und an einer Demenz erkrankt sind. Da braucht es einfach noch viel, viel, viel mehr Möglichkeiten der Entlastung, sprich viel mehr Angebot von Tageszentren oder Tageszentrenplätzen für Menschen mit einer Demenz. Marianne Buchhecker ist die Leiterin des CS Tageszentrum Rennweg im dritten Wiener Gemeindebezirk. Es ist einer von den insgesamt vier Standorten der CS. Alle befinden sich in Wien. Am Rennweg gibt es im Hospiz auch eine Palliativstation. 900 Personen arbeiten in den vier Einrichtungen und den mobilen Pflegediensten zusammen. Weitere 300 tun es ehrenamtlich. Darunter finden sich Menschen aus den verschiedensten Bereichen, vom Mathematiklehrer bis zum Künstler. Die meisten Tagesgäste kommen zwei bis dreimal in der Woche ins Tageszentrum. Jeden Tag gibt es andere Aktivitäten. Also der schönste Teil ist für mich der Mittwoch, weil da haben wir zuerst in der Früh-Morren-Dynastik, dann haben wir Gedächtnistraining. Und das ist ja interessant, also verschiedene Sachen, was man merken muss. Und was ich besonders gern habe, ist ein Anagramm. Da bekommt man so ein langes Wort und aus den Buchstaben, die drinnen sind, soll man neue Wörter bilden. Das erzählt Dr. Daniel. Sie hat Psychologie studiert und weiß, wie wichtig es ist, das Gedächtnis zu trainieren. Eine Weile, nachdem ihr Mann gestorben ist, hat ihre Tochter sie ermuntert, ins Tageszentrum zu kommen. Einfach, um wieder mehr unter Menschen zu sein. Ja, zuerst wollte ich nichts, weil, wie gesagt, ich war in tiefster Trauer. Aber dann hat es mir gefallen und dann sind ein paar Leute, mit denen man kommunizieren kann. Nicht mit allen Menschen, natürlich. Das ist ein Geriatriezentrum. Da gibt es Leute mit sehr viel Defizite, muss ich sagen. Ich auch. Ich gehe schlecht, weil ich habe eine verfutschte Fußoperation. Ganz nach Hildegard Burjan, von der in Frau Bucheckers Büro übrigens ein Porträt im Andy-Warhol-Stil hängt, will das Tageszentrum ein Problem in der Gesellschaft anpacken. Unsere älter werdende Gesellschaft bringt Herausforderungen mit sich. Das Tageszentrum ist ausgelastet, die Nachfrage aber nach wie vor groß. Wichtig zu wissen ist, dass jede Bewohnerin und jeder Bewohner Wiens, die oder der zumindest seit sechs Monaten hier hauptgemeldet ist, im Tageszentrum grundsätzlich gefördert wird. Die jeweilige Pflegestufe ist nicht ausschlaggebend dafür. Alle Pflegestufen werden gefördert. Die Stadt Wien unterstützt hier besonders engagiert, sodass ein Tag im Zentrum statt 110 bis 130 Euro, je nach Fahrtkosten, mit Förderung nur 30 bis 50 Euro kostet. Was Caritas Soziales aber auch für wichtig ansieht, ist, dass man Gemeinschaft für demente Personen im öffentlichen Raum möglich machen soll. Karin Weiler dazu. Menschen mit Demenz, die wir nicht nur einfach nach der Krankheit beurteilen, sondern wo es uns darum geht, Menschen mit Demenz auch in unsere Gesellschaft hereinzuholen, dass wir sie befähigen, teilzunehmen, teilzuhaben an gesellschaftlichen Vorgängen. Zum Beispiel, wir haben jetzt die demenzfreundlichen Gottesdienste entwickelt, wo wir Pfarrgemeinden aufrufen, Menschen mit Demenz einfach besser zu integrieren. Die fallen oft aus der Pfarrgemeinde auch heraus, weil sie sich nicht mehr kommen brauchen oder auch nicht mehr kommen können. Und genau für die Gruppen in der Gesellschaft, die in Notlagen sind, hat sich auch Hildegard Burian eingesetzt. Für ihr Lebenswerk ist sie als einziges Mitglied des österreichischen Parlaments 2011 seelig gesprochen worden. Wir schließen diese Folge damit, wie Marianne Buchegger vom CS-Rheinweg Hildegard Burian beschreibt. Sie war eine starke, selbstbewusste Frau, die viel angesprochen hat, was nicht im Guten war, die einfach die Not der Zeit erkannt hat und gesagt hat, okay, und das, da möchte ich was tun. Danke fürs Zuhören und wir hoffen, Sie sind auch bei der nächsten Folge von Parlament erklärt in zwei Wochen wieder mit dabei. Falls Sie uns Feedback oder Fragen zukommen lassen wollen, erreichen Sie uns per Mail podcast at parlament.gv.at Bis zum nächsten Mal.